Auch heuer trafen sich wieder Frauen und Männer aus ganz Oberösterreich in der Oberbankzentrale in Linz, um über brisante Themen von morgen zu diskutieren. Das Zukunftsforum des Frauenreferats stand dabei ganz im Zeichen der künstlichen Intelligenz. Digitalisierung und künstliche Intelligenz werden selbstverständlich. Unsere Gesellschaftsmodelle, auch das Bild, wie wir miteinander arbeiten und wie wir uns sehen, beeinflussen. Aber wir sollten gestalten, wie die Gesellschaft beeinflusst wird. Und genau darum geht es auch, dass wir diese Möglichkeit ergreifen. Vielfalt ist hier das große Stichwort. Denn derzeit liegt der digitale Entwicklungssektor vorwiegend in Männerhand. Der Zukunftsforscher Matthias Horx sieht im Fehlen der weiblichen Empathie ein drastisches Problem. Es ist ganz einfach so, dass Männer einen völlig anderen Zugang zu digitalen Technologien haben. Die heißen Träume der männlichen Techniker in der Digitalität haben natürlich ganz viel mit Kontrolle zu tun. Und sie sehen ja auch, welche fatalen Fehlsteuerungen daraus entstehen, welche Größenwahnsinnsformen, wie man Digitalität zu Aggressionen, zu politischer Kontrolle, zu Manipulation verwenden kann. Und das hat schon in der Tat eine Fragestellung, ob nicht die Art und Weise, wie man sich dem Digitalen nähert, auch entscheidend für das Resultat ist. Oder anders ausgedrückt, würden Frauen andere Roboter bauen oder würden Frauen andere Apps machen. Gemischte Teams würden die besseren Ergebnisse machen. Aber ich glaube, dass der Autismus der Männer in der Technologiedebatte ein ganz, ganz großes Problem darstellt. Das führt eben auch zu dem, was wir digitaler Entfremdung nennen. Dass menschenähnliche Roboter auch einige Gefahren mit sich bringen können, weiß auch Universitätsprofessorin Dr. Sabine Köszegi. In ihrem Vortrag zeigt sie eine gendergerechte Perspektive auf künstliche Intelligenz und spricht sich für mehr Frauen in der Technik aus. Ich finde es sehr schade, dass so wenig Frauen in der Technik sind. Dass sie so wenig sich dafür auch interessieren. Das glaube ich gar nicht. Ich muss mich da korrigieren. Sondern, dass sich die Technik so wenig zutrauen. Und das ist das, was ich ihnen mitgeben möchte, den Frauen. Trauen sie sich rein in das Feld. Es ist wahnsinnig spannend. Die Robotik und KI ist auch besonders spannend. Tun sie wahnsinnig in die Richtung. Es ist sicher ein gewinnbringendes Feld auch für Jobchancen. Es ist sicher ein gewinn, dass ich die animale aufgeregt und ohne ihre Vielen Dank.